Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1419 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir müssen uns auf unsere Arbeit konzentrieren, sonst werden wir heute nicht fertig. Wir müssen uns auf unsere Arbeit konzentrieren, sonst werden wir heute nicht fertig. Die Computer laufen wieder. Jetzt kann ich endlich weiterarbeiten. Die Computer laufen wieder. Jetzt kann ich endlich weiterarbeiten. Die Computer laufen wieder. Jetzt kann ich endlich weiterarbeiten. Ich bereite Smoothies zu. Möchtest du ein Glas trinken? Ich bereite Smoothies zu. Möchtest du ein Glas trinken? Ich bereite Smoothies zu. Möchtest du ein Glas trinken? Der Stapel darf nicht umkippen. Welches Holzstück soll ich herausziehen? Der Stapel darf nicht umkippen. Welches Holzstück soll ich herausziehen? Der Stapel darf nicht umkippen. Welches Holzstück soll ich herausziehen? Ich brauche ein neues Smartphone. Kannst du mich beraten? Ich brauche ein neues Smartphone. Kannst du mich beraten? Die Familie sitzt auf der Couch und schaut sich ihre Lieblingssendung im Fernsehen an. Die Familie sitzt auf der Couch und schaut sich ihre Lieblingssendung im Fernsehen an. Ich sollte das jetzt nicht essen, weil ich abnehmen möchte. Der Meister schreibt die Bestellung übersichtlich auf, damit nichts vergessen wird. Der Meister schreibt die Bestellung übersichtlich auf, damit nichts vergessen wird. Mein Freund ist Fotograf. Wir testen eine neue Unterwasserkamera. Mein Freund ist Fotograf. Wir testen eine neue Unterwasserkamera. Mein Freund ist Fotograf. Wir testen eine neue Unterwasserkamera. Die alte Kupferkanne stand jahrelang bei meiner Oma im Wohnzimmerschrank. Die alte Kupferkanne stand jahrelang bei meiner Oma im Wohnzimmerschrank. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Deine Idee ist gut. Ich beziehe sie in das Konzept ein. Deine Idee ist gut. Ich beziehe sie in das Konzept ein. Ich kann mir gut vorstellen, wie es hier nach der Renovierung aussehen wird. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt und ich frage mich oft, wie sie wohl sein wird. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt und ich frage mich oft, wie sie wohl sein wird. Die meisten Wege in der Stadt lege ich mit dem Fahrrad zurück. Das ist schneller als mit dem Auto. Die meisten Wege in der Stadt lege ich mit dem Fahrrad zurück. Das ist schneller als mit dem Auto. Die meisten Wege in der Stadt lege ich mit dem Fahrrad zurück. Das ist schneller als mit dem Auto. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages zu den Gewinnern gehören und eine Bronze-Medaille erhalten würde. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages zu den Gewinnern gehören und eine Bronze-Medaille erhalten würde. Mittlerweile bin ich es gewohnt, mich gesund zu ernähren und Alkohol vermisse ich überhaupt nicht. Pflanzenöl ist teuer geworden und manchmal sogar nicht mehr im Supermarkt erhältlich. Pflanzenöl ist teuer geworden und manchmal sogar nicht mehr im Supermarkt erhältlich. Pflanzenöl ist teuer geworden und manchmal sogar nicht mehr im Supermarkt erhältlich. Zwei Hände reichen nicht aus, um alles zu tragen. Kann mir jemand helfen? Zwei Hände reichen nicht aus, um alles zu tragen. Kann mir jemand helfen? Zwei Hände reichen nicht aus, um alles zu tragen. Kann mir jemand helfen? Ich habe jetzt leider keine Zeit für dich. Ich muss noch einen großen Stapel Papierkram erledigen. Komm zu mir auf die Bank. Komm zu mir auf die Bank. Ich habe schon auf dich gewartet. Bisher habe ich nur einen einzigen Pokal gewonnen. Bisher habe ich nur einen einzigen Pokal gewonnen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Klick. Bisher habe ich nur einen aus. Schreibe oder das die Bank. Vielen Dank.